jo leute und herzlich willkommen zurück zu let's play arc mit aaron ich habe es mir cooler vorgestellt das war richtig gut ich hätte sagen müssen im moment aaron das war ein zeichen oh sorry ich bin gerade eingeschaut habe einen tee getrunken einen leckeren tee geschlürft nee wir waren da stinken blieben unser haus zu bauen und ja raus äh bauplan strohfundament gut wir brauchen stroh dein stammmitglied reiner zufall hat ein dodo level 4 getötet ja sicher den richtiger beta ist gut wir sind ja jetzt momentan noch ich bekomme es übrigens xp dafür für sachen die du tust und du kriegst xp dafür für sachen die ich mache was so das ja nett ja das ist ganz cool wo ist jetzt der dodo hin äh der ist weg ach hier hinten so jetzt ähm du brauchst das haus ne ja aber ich bin schon wieder überladen kann schon wieder nicht wetzen dann schmeißt du es weg ja aber ich glaube ich lasse das erstmal jetzt alles bei mir oder so was kann ich mach jetzt erstmal ein paar strohwände wir können wir am ende wieder abreißen das ist ja nicht so der verlust dann was passiert eigentlich wenn man in der hütte ein feuer entfacht so ein lagerfeuer ich glaub sie brinnt ab oh gut zu wissen wieso ne ne ich sammle ein bisschen weiter verdorben hey mir ist irgendwas vergammelt in der tasche also essen äh stroh und so am besten mitnehmen ne stroh und fassen da kann ich ganz viel gebrauchen ja ich bin ja schon am komm sammeln ich glaub erstmal hier der fels weg oh meine spitzhack ist kaputt willst du meine haben? ich brauch die eh nicht ich kann mir auch kurz eine neue erstellen ok ich hole ein bisschen ich glaube es ist sinnvoller wenn ich die kaputten repariere oh mist naja gut egal mach wie du denkst meine bären sind grad übrigens verdorben ja meine auch ok ich hab sieben feuersteine neun zehn boah hast du es gesehen boah was bist du denn für einer nein die fliegt immer noch ein teil boah richtig eftig wie im echten leben ich box immer mal eben durch die wand ach mist ähm gut ich brauche noch mehr stroh boah ich bin gleich level fünf wie viel xp hast du? 68 und du? oh nice 61 ok dann baue du ein paar kisten eigentlich sollten wir mal ungefähr auf dem gleichen level sein weil ist das so? ja wir sind ja stammesbrüder achso gross ok level up ok perfekt nice ähm was mach ich denn? herstellungsgeschwindigkeit resistenz bewegungsgeschwindigkeit na gewicht gewicht mach ich auf jeden fall höher oh was ist das für einer der hat zwei hörner uuuh scheiße äh aaron ich bin tot scheiße was war das denn? karno pass auf wir können oh wir können vor viel erstellen narkosemittel blutkonfusion oh was für ein battle kai geh nicht um geh nicht um fahnen guck's dir an ist das daniel? ich glaub daniel bellt sich gerade mit mr karno oh der boah oh was ein penner daniel oh ich muss sagen er wird wieder zu mir oder? scheiß hilf mir mal oh der ist in unserer Bude drinnen was? der macht alles kaputt ist der gerade darüber? oh was denn alter? ist der immer noch hier? der ist immer noch da ok richtungswechsel ich bin tot was ist das denn? aber jetzt haben wir so ein der ist level 9 alter ja der macht sich mal kaputt der safe damit alter ich bin nicht so schnell alter ja ich bin tot gibt's die kleine polizei oder sowas ey der ist schon wieder bei mir ey wann ist denn das? ja wie denn? wir sind jetzt voll am arsch wenn die nicht töten das ist wie so dieses große dicke kind auf dem spielplatz von früher ich weiß doch gar nicht wo unser haus jetzt ist ist das in diese richtung oder in die andere richtung? weil du läufst in die richtung und ich in die andere ne ich glaube das ist hier sicher? ja das kommt mir hier bekannt vor das muss auf jeden fall irgendwo am strand sein ach wirklich? ne ich glaube deine richtung ist richtig gewesen ich glaube erst mal nach hinten hier ist auf jeden fall Dornier ja ist er wieder da? ich habe gerade ein pokémon am strand gefunden ja aber ich glaube da hinten ist es richtig oh fuck alter wir müssen uns weilen weil irgendwann die Leichen lösen sich halt auf ach ja stimmt ich weiß gar nicht wo meine mehr war irgendwie ist die weg ich hatte relativ viele ja ich hatte ganz viel Fleisch und ich war noch Tierhäute und alles ey der ist immer noch willst du mich verarschen? Flucht Kai dreh dich um er kommt oder? ne er hat mich nicht gesehen versuch mal durchs Wasser zu gehen auf jeden fall ist da unser Haus boah ich hoffe wir haben das nicht kaputt alter auf jeden fall reparieren können wir das ich glaube das ist sein Haus jetzt aber ich will mein boah die Sonne blendet gerade voll hier wie ein Battleteal ich will auf jeden fall meinen Ort lass uns doch verhandeln Karno Mister liegt auf jeden fall mein Gut sagen wir 5 Mark oh man Pisser kann der schwimmen? ich weiß es nicht oh fuck kann er schwimmen? ja aber er ist so langsam wenn er schwimmt ok ich lenke ihn ab und du holst die Sachen ey komm rüber ok meine Sachen hab ich ich bin hier wir können ihn mit Spear abwerfen ich lenke ihn ab und du wirfst nein ich glaube unser Bruder ist komplett im Arsch ok er ist wieder im Wasser aber ich hab mir alles gebrochen er geht wieder raus scheiß Teil ok er kommt wieder an ich boxe ihn unser Bruder ist komplett im Arsch ne ja das passiert halt wenn man hier so ein Pisser hat warte mal wie viel Leben hat denn der noch? pass auf es war mal wieder an wie bei mir in der Nähe ich hab gekackt weißt du das? ii Brett Pitt ich bin jetzt bei dir ok wir müssen ihn jetzt irgendwie töten das geht gar nicht anders kannst du ihn nicht ablenken? du lenkst ihn ab ich hol die Sachen und wir bauen uns irgendwo anders wieder auf ich hab die Sachen aber irgendwo anders auf bringt sich wir müssen ihn jetzt töten das ne der läuft sonst hier rum ja wie denn? ja kannst du nicht den Spear craften kurz? mit was? ich hab doch nichts ey der der fühlt sich aber auch ganz toll da hinten ne? jo der macht gerade unser Ding kaputt ich weiß nicht was er macht aber der im Wasser oder was? ne der ist cool aber der da hinten wieder ja der macht glaube ich unsere Sachen kaputt weiß ich nicht jetzt sind da zwei Pfeimer ich geh mal hin ich glaube das ist nur irgendwas doppelt ja das ist vielleicht die Rettung entweder backt man ins Spiel oder die kämpfen gerade und wenn die kämpfen dann mischen wir uns mal eben da ein und den greifen wir ja vielleicht können wir den auch mit Fackeln hauen ja irgendwas macht der da ja da sind drei Dinos auf einmal ich glaub der ist ein bisschen dumm irgendwie oh unsere Hütte ne irgendwie also ich glaub der ist ein Rucksack ja das ey der ist weg da hinten sind jetzt zwei Liebe oh ne da ist er da ist er da ist er oh fuck ja oh nein ich greif wieder an ich greif wieder an wo ist er denn? ich bin tot oh Gott mein Kontroller hat voll vibriert obwohl er hier über dennoch nicht wo ist er? oh scheiße da kommt der ey 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 der ist fast tot Aaron der ist fast tot der hat nicht mehr viel boah der geht ja richtig ab ich lock ihn weg ok lauf mal ins Wasser und dann müssen wir irgendwie angreifen er läuft über den Felsen man schweiß man ja was machen wir jetzt ich lock ihn ganz weit weg wir müssen jetzt so lange wachen bis der gibt's nicht nur andere Dinosaurier irgendwie die dem mal platt machen können das ist doch lächerlich ja ich hab keine Ahnung wir müssen auf jeden Fall jetzt irgendwie mal den töten ich lock ihn wieder hierher ey der rennt immer zum Haus hin ne? hat er nichts anderes zu tun? ja das ist jetzt da so sein Revier ich glaub der will irgendwas kompensieren wenn du weißt was ich meine okay er ist bei dir ich glaub ich weiß gar nicht wie oft ich jetzt gestorben bin man warum ist der auch so groß? okay alle unsere Sachen sind weg also theoretisch können wir einfach jetzt uns woanders was aufbauen ich will mich gar nicht umdrehen okay er ist irgendwie nicht mehr da ne er ist weg oh ja er ist gedespawnt oh zum Glück ne ne ist er wieder da? ja er will wieder mich haben aber ich suche jetzt erstmal meinen Laufwand zu nehmen glaube wir wir sehen uns ne längere Zeit nicht mehr wieder Kai ich muss in der Nähe bleiben ich meine Brett schade Rainer er hat mich noch nicht gesehen komm mal komm lauf mal irgendwie an ihm vorbei zu mir über den Berg oder so er steht irgendwie jetzt da am Strand rum ja dann lauf hinter ihm lang okay weil ich muss zu unserem Haus weil ich die Sachen einsammeln muss er hat sich hingelegt pennt er jetzt? lass ihn mal killen wenn er pennt lass ihn einfach Sperre bauen und dann komm jetzt ich muss die Sachen holen Feuer 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 Stein 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 kennst du es noch? von früher? boah jetzt ist ja alles kaputt alter äh es regnet ja Regen ist mir gerade eigentlich egal das ist ein richtiger Scheißtag ey Haus kaputt es regnet okay Items können wir vergessen die sind alle ich sag mir mal gerade ein paar Steine damit ich lass mal ein Dach bauen irgendwie ist das scheiße okay wir müssen das reparieren alles müssen wir reparieren der läuft da einmal rüber und alles ist kaputt alter hey hier ist ein Dino-Ei der hat ein Ei fallen lassen kaputt machen damit sowas nicht wieder passiert ich hab's aufgesammelt oh ein Dino-Ei das kann man bestimmt braten hast du so eine fette Pfanne so drei Meter Durchmesser können wir ein bisschen Rührei goren man ich hab ja erstmal jetzt ne Spaß an Geld war ich glaube ich für ein paar Jahre soll ich denn mal die Steine abbauen? ja ne mach das ich hab grad ein Level abgekommen äh das kommt jetzt im Nahkampf du kannst jetzt voll viele bauen oh ja stimmt das braucht man denn kannst ja mal gucken Fahne Flagge Pinsel lass uns erstmal nur wichtige Sachen holen ja Pinsel ne dann musst du aus den Bären die Farbe machen ich weiß nicht wie das geht so hm ne Steinschleuder yes ok ja geh du am besten auf Chemfrisch ok das heißt ich verprügel alle ne ja wir müssen erstmal gucken weil du brauchst hier schicke Häuser dass wir jetzt einen Sperrbaron und ich will erstmal wieder eine Kiste kriegen das stimmt jetzt mal das A und O so erstmal ein Dodo kaputt haben und essen toll drei Tiere heute kein Stückchen Fleisch Mann wie kackst du denn unglaublich das hör ich doch wohl wo ist denn unser Haus jetzt ach da geh drauf das irgendwie egal schon wieder ne diesmal war ich wollen wir erst alles reparieren oder erst eine Wand bauen die wäre es mit einem Dach ok dann brauchen wir Stroh und Holz ich verhunger kann ich nicht so ein Ei essen versuche irgendwie ein paar Bären zu essen ich sammle erstmal welche ach scheiße man die waren so gut ja und dann kam der einfach so wir haben gar nichts gemacht unfair ist doch jetzt die scheiß Bär Junge lecker toll meine Spitzsacke ist kaputt da wir brauchen mehr Fleisch oder Bären so jetzt kann ich mir eine Steinachs craften ich habe übrigens zwei Metall das ist schon mal gut nice meinetwegen kann es dann wieder hell werden das ist gerade erst unkür geworden ja aber es ist oh jetzt verhungert er wieder ich baue jetzt erst mal ein Dach für unsere Hütte mach das geht ja hier auf keine Dino Haut wow Kids des Tages wir können auch wenn du willst nicht mal zu so einem zu so einem Lichtstrahl gehen vielleicht gibt es da irgendwie was vernünftiges irgendwas zu essen ah hier ist ein Dodo kaputt hauen da gibt es halt oft eigentlich sogar gute Sachen ja wollen wir da halt mal hingehen wenn wir das noch schaffen dahin ich hoffe ein großes Fleisch müssen wir halt gucken weil in diesem Deckicht also am Strand sind nicht so viele Dinos die sind meistens immer im Unterholz nehmen wir übrigens ein Dach ach so okay oh ich hab schon wieder gekackt das passiert viel zu häufig in dem Spiel irgendwas stimmt hier nicht wir brauchen ganz viele Fasern und ganz viel Stroh damit wir jetzt mal die ganze Scheiße hier wieder reparieren alles klar es ringt nicht mehr yes oh Essen 36 ey ey der spuckt mich an wer Frechheit so ein Dino ja musst du aufpassen ja ach so wenn du sagst mir jetzt ist der auch hinter mir her ja okay Junge komm Faustkampf ich hab grad ein Flugdino angegriffen ich hab grad ein Flugdino angegriffen ich krieg den nicht alter als ob ich gerade gestorben bin ja ich auch Level 1 du wurdest von Level 1 Dino getötet oh hier ist ein Dodo yes oh Level 8 weiblich äh ich nenne dich hm wie siehst du denn aus okay Daniela so yo kannst du mal essen kannst du mal kurz mitkommen warte hey wo gehst du nochmal zu unserem Haus keine Ahnung ich glaube ich sollte Dinos den ich einen Namen gebe am Leben lassen und nicht gleich töten ich hab glaube ich grad unser Haus verloren und meine ganzen Sachen aber gut die Folge ist sowieso scheiße die nenne ich einfach komplett die Folge ist gut außer den Dino grünen Dinge hinlaufen oh die das du was komm her komm her der war grad so ein Herz bei dem Namen ja vom Dodo ich schmeiß dir mein Handy rum komm her jetzt wo bist du denn hier bis ach da hinten oh hier ist dieser du ne was auch immer so hallo oh cool cool was willst du mir zeigen oder wird das hier so so eine Entführung mit komm mal her ja komm mal ins dunkle ne wir müssen da hinten zu diesem grünen oh box ihn ruhig ich meine wow guck mal das juckt ihn gar nicht jö richtig ne der ist cool das ist hier ein Heino das ist Heino pass auf da kommt zu einer der spuckt glaube ich weil er so eine Sonnenbrille hat also mit viel Fantasie dann komm her jetzt her wie bist du denn ich siehst du auch immer den Namen ich muss zu diesem grünen Ding ok nimmst du eigentlich noch auf ja ich nehm noch auf ach so ich dachte das wäre schon vorbei nein nein ich nehm noch weiter auf ich will erst dieses grünen Ding ich dachte das kommt in der nächsten Folge so als als open spannendes Ende oder so werden unsere zwei Helden es schaffen zu diesem grünen Ding zu gelangen wahrscheinlich nicht zu den mysteriösen Gründen da ist halt einfach ein T-Rex fängt ja gut an ob nein kann der schwimmen also ich kann es nicht aber der ist halt erst Level 3 eigentlich müssen wir die locker killen ja ein T-Rex Level 3 killen wir locker ist ja nicht so als wenn ihr grad die Erde beben würde aber hm gehen wir locker wir müssen da irgendwie mal gucken dass wir jetzt uns wirklich wieder wir müssen uns jetzt pass auf aber wir laufen jetzt wieder nach Hause wir laufen einfach jetzt weg iiih okay okay äh so lass uns erstmal wieder zurück zum Strand laufen und uns dann ab der nächsten Folge erstmal wirklich wieder richtig aufbauen und Rohstoffe sammeln und unser Haus fertig machen und dann ich würde sagen in der nächsten Folge gehen wir einfach gleich direkt da zu diesem grünen Teilchen ne eben nicht das sind halt voll viele T-Rex ja ist doch egal wir rennen da durch ja okay dann wie Rambo dann gehen wir in der nächsten Folge zu dem grünen Ding gucken was es da zu holen gibt holen das und ab da bauen wir dann unsere Sachen erstmal neu auf okay ja und dann bereiten wir uns erstmal komplett vor alles klar ich hoffe das wird was ich hoffe das wird was dann bis zum nächsten Mal Leute haut rein tschüss auf dem Feld